Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir beginnen heute mit dem großen Themengebiet des Polierens. Und in diesem Video gebe ich euch einen kleinen Überblick über die gesamte Thematik. Wir werden uns hier den Lack anschauen, wir werden uns die Poliermaschine anschauen, die Pads, die Polyton und das ganze Zubehör, was man benötigt hier, um so eine Lackfläche erfolgreich zu polieren. Und dieses Video ist an alle gerichtet, die mit dem Thema noch völlig am Anfang stehen und jetzt doch in die Problematik hier eintauchen wollen. Viel Spaß dabei! Und bevor wir hier zu den schweren Maschinen kommen, schauen wir uns das allererstes mal das Thema Lack an. Es gibt völlig unterschiedliche Lacke und warum wollen wir denn überhaupt unseren Lack schleifen beziehungsweise polieren? Ganz einfach. Es gibt drei Punkte. Einmal, wir möchten Kratzer und Swirls und kleinere Fehler beseitigen. Ich blende euch auch nochmal hier ein Bild ein, da seht ihr das ganz, ganz deutlich. Dann, wir möchten den Glanz erhöhen, das heißt, wir möchten hier ein richtig schönes Glanz, finde ich, hinbekommen. Und der dritte Punkt ist, warum wir einen Lack am Ende polieren wollen. Wir möchten im Anschluss eine Versiegelung auftragen. Und dafür brauchen wir eine möglichst glatte Lackoberfläche, damit die Versiegelung oder das Wachs sehr, sehr lange auf dem Lack halten kann und seine volle Kraft hier entfalten kann. Da kommen wir auch direkt gleich zu dem Punkt Lackschäden. Wir unterscheiden als allererstes in Swirls, das sind sogenannte Waschkratzer. Die entstehen oft durch Waschanlagen-Nutzung und falsche Handwäsche. Kreisende Bewegungen erzeugen hierbei das typische Kratzerbild, was wir alle kennen. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Kratzer in unterschiedlichen Tiefen. Je tiefer hier so ein Kratzer im Lack vorhanden ist, desto stärker tritt er auch hier durch die Lichtbrechung hervor. Und da kommen wir mit unserer Poliermaschine ins Spiel. Wir müssen nun versuchen, die Oberfläche so zu glätten, dass die Lichtbrechung deutlich zunimmt und ihr somit den Kratzer nicht mehr so stark hier auf dem Lack wahrnehmt. Und das seht ihr auch auf dem unteren Bild. Das heißt, wenn ihr die Oberfläche möglichst glatt geschliffen habt, erhöht sich hier die Lichtstreuung und für euer Auge ist der Kratzer dann nicht mehr so stark sichtbar und vielleicht sogar überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Und um solche Fehler hier auf einer Lackfläche zu beheben, bietet es sich auf jeden Fall an, eine Poliermaschine zu nutzen mit der richtigen Politur und den richtigen Pads. Und bevor wir damit loslegen, schauen wir uns auch nochmal den Unterschied zwischen einem Unilack und einem Metallic-Lack an. Ich blende euch jetzt an der Stelle nochmal ein Schema ein und wir sehen als allererstes hier den Metallic-Lack. Und hier habe ich euch mal eine schematische Darstellung eines Metallic-Lacks erstellt. Die Lackdicken können hier ein wenig variieren. Beginnen wir am unteren Rand und da finden wir den Untergrund. Auf dem wird das Mehrschicht-Lack-System hier aufgetragen. Darüber befindet sich eine dünne Schicht-Grundierung. Die dient als Rostschutz und als Haftmittel hier für den Füller, der sich darüber befindet. Der Füller dient auch zusätzlich als Rostschutz und als Untergrund für den Basislack und zusätzlich soll er Unebenheiten glätten. Auf den Füller wird anschließend der Basislack aufgetragen und der bildet hier die Farb- und Effektschicht. Und in diesem befinden sich auch diese kleinen Alupartikelchen, die dann hier diesen typischen Metallic-Look auslösen. Und darüber befindet sich der Klarlack. Das ist die sogenannte Schutzschicht und der sorgt dafür, dass ihr euer Lacksystem vor mechanischen, chemischen und anderen Umwelteinflüssen geschützt ist, wie zum Beispiel UV-Strahlung. Schauen wir uns im Vergleich nochmal die Unilackierung an, auch hier schematisch dargestellt. Über den Füller befindet sich schon der Decklack und der bildet hier die Farbschicht. Er schützt auch vor mechanischen und chemischen Einflüssen und auch Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, aber kann bei Weitem mich hier so eine Härte aufweisen wie eine Metallic-Lackierung. Und wir werden uns in kommenden Videos auch nochmal den Unterschied zwischen Unilack und Metallic-Lack etwas genauer anschauen. Und damit habt ihr jetzt erstmal einen kleinen Überblick hier über das Thema Unilack und Metallic-Lack. Wir schauen uns in kommenden Videos auch noch zusätzlich mal Matte-Lacke und zum Beispiel Acryllacke und andere Varianten an. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, die Poliermaschine. Man kann Poliermaschinen in zwei große Bereiche einteilen. Einmal die Exzenter-Poliermaschine, wie sie hier vor mir steht, und in Rotations-Poliermaschinen. Durch die typische Bewegung hier des Stütztellers armt eine Exzenter-Poliermaschine eine Handpolitur nach und dreht sich dabei nicht um eine feste Achse, sondern oszilliert zusätzlich regelmäßig. So eine Exzenter-Maschine arbeitet weniger abrasiv als eine Rotationsmaschine und das ist schon der erste große Unterschied der Zeitaufwand. Ihr werdet hier mehr Zeit benötigen mit einer Exzenter-Maschine als mit einer Rotationsmaschine. Auch die Wärmeentwicklung ist bei so einer Exzenter-Poliermaschine geringer als bei einer Rotationsmaschine. Und damit habt ihr auch hier einen Grund dafür, warum der Lackabtrag hier mit der Exzenter etwas langsamer vonstatten geht. Deswegen für Anfänger ist eine Exzenter-Poliermaschine doch wesentlich besser geeignet. Im Gegensatz zur Exzenter-Maschine dreht sich bei der Rotationsmaschine der Teller hier um die eigene Achse. Damit habt ihr eine höhere Wärmeentwicklung und auch eine höhere Abrassivität. Das heißt, ihr könnt schneller hier den Lack abtragen. Das ist nicht immer von Vorteil. Vor allem für Anfänger ist es nicht geeignet, denn ihr könnt euch da einfach zu viel Lack abtragen und auch schneller Fehler in den Lack einarbeiten. Wie gesagt, im Profibereich ist eine Rotationsmaschine Pflicht. Bei beiden Poliermaschinenarten kann man die Drehzahl ja variieren. Und man kann sich einfach merken, je höher die Drehzahl, desto höher ist hier die Abtragsleistung. Und zusätzlich kommt bei der Exzenter-Poliermaschine noch der Hub dazu. Der beschreibt einfach den Weg, den der Teller als Seitwärtsbewegung zurücklegt. Und ihr könnt euch einfach merken, je höher der Hub ist, desto größer ist auch hier die Abtragsleistung auf dem Lack. Und damit kommen wir zum dritten Punkt und das sind einmal die Politonen und die Polierpads. Beginnen wir hier vorne mit den Polierpads. Ich habe vier für euch als Beispiel hingelegt. Diese sind von hart nach weich geordnet. Für was nutzt man hier so ein sehr, sehr hartes Pad? Ganz einfach, wenn die Lackbeschädigungen sehr, sehr tief sind und ihr habt sehr, sehr tiefe Kratzer, werdet ihr hier mit so einem weichen oder so einem mittelweichen Pad keine Erfolge erzielen. Dafür benötigt ihr einfach ein sehr, sehr hartes Pad und eine sehr, sehr hohe Abtragsleistung. Danach folgt das mittlere Pad. Das eignet sich sehr gut hier, um diese kleinen Swirls zu beheben oder auch Hologramme. Dann kommen wir hier zu diesem mittelweichen Pad. Das kann man nutzen, um zum Beispiel den Lack wieder auf Hochglanz zu polieren. Und solche weichen Pads werden eingesetzt, um Wachse und Versiegelung aufzutragen. Diese Pads hier gibt es in unterschiedlichen Größen. Und je nachdem, was ihr hier für ein Stützteil auf eurer Maschine montiert habt, dementsprechend müsst ihr auch hier die richtige Padgröße wählen. Es gibt neben diesen Schaumstoffpads auch zahlreiche andere Varianten. Es gibt Wollpads, Fellpads. Und wo die eingesetzt werden, da gibt es in Zukunft auch nochmal ein Video dazu. Heute hier nur beispielhaft für den Anfang, diese als Beispiel. Und die Politoren hier dazu verhalten sich eigentlich analog. Das heißt, wenn ihr hier tiefe Lackbeschädigungen habt, die ihr beheben möchtet und hier ein sehr, sehr hartes Pad nutzt, dann empfiehlt es sich natürlich auch eine sehr, sehr harte Schleifpolitur zu nutzen, um hier wirklich in die tiefen Regionen des Lacks vorzudringen und da die Kratzer zu beheben. Die Compound-Polituren hier zum Beispiel von Maguire oder den Swirl Remover, den ich auch im Einsatz habe, nutze ich am liebsten hier mit so einem mittleren Pad. Damit habe ich die besten Ergebnisse erzielt und auch das beste Lackbild erhalten. Und als drittes Beispiel habe ich mal hier die Menzerna Final Finish 3000 mitgebracht. Das ist eine schöne Hochglanzpolitur und diese nutze ich gerne hier in Kombination mit so einem mittelweichen Pad. Und zu den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, das heißt, welches Pad, welche Politur in Zusammenarbeit arbeitet am besten, dazu wird es in Zukunft natürlich auch noch viele, viele Videos geben. Und wie ich bereits erwähnt hatte, unterscheiden sich die Polituren hier in ihrer Schleifführung. Das heißt, von sehr hoher Abtragsleistung bis sehr, sehr geringe Abtragsleistung. Und hier haben wir effektiv keine Abtragsleistung mehr, das geht hier nur noch um den letzten Oberflächenfinish. Und zum Thema Polituren wird es in Zukunft auch jede Menge Videos geben. Und damit habt ihr jetzt einen kleinen Überblick bekommen über das Thema Lack, Poliermaschinen, Polierpads und Polituren. In zukünftigen Videos werde ich hier die Themen noch viel, viel genauer anschneiden. Das heißt, wir werden uns verschiedene Pads anschauen. Wir werden uns noch verschiedene Polituren anschauen. Die Kombination der beiden. Wir werden den Unterschied sehen zwischen Rotation und Exzenter-Poliermaschine. Zwischen günstigen und teuren Maschinen, zwischen geringem Hub und großem Hub. Das wird alles in zukünftigen Videos kommen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Heute geht es nur um den Überblick für alle die, die noch völlig am Anfang hier mit diesem Thema stehen. Und jetzt würde ich sagen, wagen wir uns hier an das schwere Gerät. Hier nochmal ein Hinweis zur Arbeitssicherheit. Tragt bitte vor allen Dingen in geschlossenen Räumen, wenn ihr mit der Poliermaschine umgeht, Gehörschutz. Zusätzlich hier noch eine Atemschutzmaske, um den Polierstaub nicht einzuatmen. Und eine Schutzbrille ist auf jeden Fall angebracht. Ich habe uns hier mal eine Fläche von 40x40 vorbereitet. Die sind auch schon die ersten kleinen Kratzer drauf. Richtig schöne Swirls auch zu sehen hier. Auch Steinschläge sind hier auf dieser Fläche drauf. Und eigentlich auf Brander Vogelkohl, die werden wir jetzt im Anschluss nicht mit der Poliermaschine wegbekommen. Hier müsste man jetzt mit Smart Repair arbeiten. Aber diese Kratzer werden wir auf jeden Fall deutlich mindern. Und ihr habt es sicherlich schon mal gesehen, wenn jemand hier seine Einkäufe aufs Dach oder auf die Motorhaube stellt. Und vielleicht noch ein bisschen daran rumwackelt, dann habt ihr bei so einer Unilackhaube hier ein riesengroßes Problem. Und ich verstärke mal hier unsere Kratzerbildung noch etwas mehr. Und wie ihr sehen könnt, so eine Aktion würde euch hier den Unilack sehr, sehr stark beschädigen. Hier im unteren Bereich unendlich viele Kratzer, auch hier im oberen Bereich. Doch die einen oder anderen tieferen Kratzer. Und wir werden mal schauen, ob wir hier auch diese tieferen Kratzer hier im oberen Bereich mit der Exzenter-Poliermaschine wieder auspoliert bekommen. Bevor ihr mit dem Polieren von so einer Fläche beginnt, immer sorgfältig waschen. Anschließend sehr, sehr gut kneten. Und dann nutzt ihr noch einen entfettenden Reiniger, um hier die Fläche komplett zu reinigen. Und dann könnt ihr mit dem Polieren starten. Bei solchen sehr, sehr starken Kratzern nutze ich direkt am Anfang auch ein sehr, sehr hartes Pad, um hier erstmal die gröbsten Kratzer aus dem Lack herauszubekommen. Dazu setzt ihr hier das Pad mittig auf und bei solchen Kratzern greife ich direkt hier zu einer Heavy-Cut-Politur und trage die mal hier auf das Pad auf. Und die vier Punkte reichen völlig hier für diese Lackfläche aus und dann gehen wir mal direkt auf den Lack. Bevor ihr hier mit dem Polieren beginnt, legt euch bitte hier das Stromkabel über eine eurer Schultern. So vermeidet ihr, dass ihr hier mit diesem Kabel gegen die Lackoberfläche kommt und ihr euch hier zusätzliche Kratzer auf den Lack aufbringt. Und damit kommen wir hier zum ersten wichtigen Schritt und das ist das Verteilen der Politur. Das macht ihr einmal, indem ihr hier großflächig über die Fläche drüber geht und hier die Politur an den Lack andrückt. Und dann verteilt ihr hier anschließend die Politur auf der geringsten Stufe komplett auf der Lackfläche im Kreuzstrich. Und das heißt einmal hier für euch von links nach rechts und im Anschließen von oben nach unten. Wichtiger nächster Punkt jetzt beim Polieren ist, wenn ihr hier mit der Maschine arbeitet, und hier an diese Ränder kommt, dann achtet darauf, dass ihr mit diesem Polierpad nicht zu weit hier über diese Kanten hinauskommt. Denn die Beanspruchung hier für das Band wird zu hoch und es kann durchaus passieren, dass euch hier das Band dann schnell einreißt und beschädigt wird. Und dann verteilt ihr euch hier den Klebstoff oder das Material vom Band hier auf der Lackfläche und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen hier so ungefähr, das reicht völlig aus. Ihr müsst nicht hier noch weiter drüber gehen. Es reicht völlig aus, hier ungefähr in dieser Position zu enden und dann hier an der Seitenkante lang zu fahren. Dadurch, dass wir hier sehr, sehr starke Kratzer haben, beginne ich jetzt direkt mit der höchsten Stufe und werde jetzt hier ebenso in einem Kreuzstrich einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten komplett über diese Fläche drüber gehen. Ihr übt hier keinen starken Druck aus und lasst hier die Politur und das Pad von alleine arbeiten. Ihr habt auch gesehen, dass ich hier so überlappende Bahnen gezogen habe und das liegt daran, dass das Pad nur direkt unter dem Stützteller hier die meiste Kraft hat und hier dieser überstehende Bereich keine große Polierwirkung hat. Deswegen geht man hier in diesen überlappenden Bahnen und ich denke, ihr konntet das gut erkennen. Und ich werde die Fläche jetzt hier im Anschluss mit einem weichen Mikrofasertuch auspolieren. Ungefähr 800 GSM bieten sich da an. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal den Ausgangszustand ein. Also diese sehr, sehr großen Kratzer sind schon sehr, sehr gut weggegangen. Wir haben noch kleine Swirlkratzer hier und hier im oberen Bereich, die sind auch schon gut zurückgegangen, aber immer noch deutlich sichtbar. Ich werde jetzt hier ein zweites Mal über diese Fläche genauso drüber gehen. Und jetzt nehmen wir wieder hier mit dem Mikrofasertuch die überschüssigen Polierreste ab. Ja, diese kleinen Bahnen, die jetzt hier so entstanden sind, die nennen sich Hologramme und die werden wir jetzt anschließend mit dem Maguire Swirl Remover komplett beseitigen. Und hier verfahren wir jetzt genauso. Ich habe vier Punkte vom Maguire Swirl Remover aufgetragen. Diese Menge würde auch locker für eine größere Fläche reichen und zusätzlich hier ein mittleres Pad. Und wir verfahren jetzt genauso. Das heißt, wir verteilen jetzt erstmal punktuell hier die Politur auf dem Lack und verteilen anschließend auf der geringsten Stufe hier diese Politur auf der gesamten Fläche. Ja, und dann verfahren wir genauso wie auch beim ersten Durchgang hier im Kreuzstrich einmal von links nach rechts und dann von oben nach unten. Und wie ihr sehen könnt, hier diese Hologrammbahnen sind schön verschwunden hier im oberen Bereich. Die sehr, sehr tiefen Kratzer, die erfordern noch ein bisschen zusätzliche Arbeit, aber hier im unteren Bereich, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel noch mit einer Hochglanz-Finish-Politur drüber gehen und das machen wir jetzt noch. Dann zunehmen wir ein weiches Pad, die Finish-Politur und gehen genauso in denselben Schritten hier über die Fläche drüber. Dann entfernen wir mal hier gemeinsam das Klebeband. Und ich habe jetzt hier im unteren Bereich mal die Klebekante noch etwas entfernt und ihr seht ganz deutlich den Unterschied und wir schauen uns das auch nochmal von nahen an. Ich gehe mal hier über den oberen Bereich, hier die Steinschläge gehen natürlich nicht raus. Aber hier im Vergleich zur unpolierten Seite. Gehen wir nochmal hier oben über den oberen Bereich, hier waren ja die doch extrem tiefen und weißen Kratzer zu sehen, die sind auch sehr, sehr stark verblasst. Hier könnte man jetzt nochmal ein oder zwei Polärgänge drüber gehen und dann würde das noch besser aussehen und hier im seitlichen oberen Bereich sieht es auch sehr, sehr schön aus. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie man so ein Schaumstoffpad hier vom Stützteil herunter bekommt. Dazu stellt euch hier die Maschine etwas auf die Seite und ganz wichtig an dieser Stelle, nicht mit den Fingern hier am Schaumstoffpad ziehen, denn dann könnt ihr euch hier das Schaumstoffpad stark beschädigen. Sucht euch hier die Stelle zwischen Klett vom Pad und Klett vom Teller und geht hier mit dem Daumen dazwischen, hebelt das so ein bisschen an. Und wenn ihr hier mit dem Daumen dazwischen kommt, dann versucht ihr das noch weit zu lösen und hebt hier das Pad vom Teller runter. Vor allen Dingen, wenn ihr am Anfang eine neue Poliermaschine habt und der Stützteil noch sehr, sehr gut hier in der Kletthaftung ist und das Pad auch noch dazu neu ist, dann kann diese Verbindung hier sehr, sehr stark sein. Und es kann durchaus passieren, dass das hier etwas schwerer sich lösen lässt. Und dafür hat sich die Firma Rupess hier was Nettes einverlassen. Das ist so ein kleines Tool, mit dem man hier diese beiden Sachen sicher lösen kann. Auf der anderen Seite findet ihr noch so einen kleinen Burstenkopf, mit dem könnt ihr hier so überschüssige Polierreste vom Pad wieder runterbürsten. Und jetzt gehen wir mal hier mit dieser Kunststoffklinge in Anführungszeichen zwischen diese beiden Klettverbindungen. Und da kann man hier das Pad sehr, sehr schön und sanft vom Stützteller lösen. Und jetzt haben wir einen schönen Gesamtüberblick hier über das Thema bekommen. In Zukunft kommen jede Menge Videos und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und damit danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt hier nach diesem ersten Basic-Video, dann unten in die Kommentare damit. In der nächsten Zeit folgen noch viele, viele Videos. Gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Da freue ich mich riesig und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.